Wortlich geht es weiter in dieser Woche bei Aktien im Fokus mit Free Stocks und Fit for Finanzen. Wir haben weitere Quartalszahlen, die es auszuwerten gilt. Und wer ist am Ende der Quartalssaison noch von den Marktführern mit Zahlen offen? Die Nike-Aktie. Roland Jegen freut sich schon. Bis gleich nach dem Intro. Guten Morgen, Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen zusammen. Ja, Nike hat schon Tradition bei uns erwähnt zu werden. Wir haben jetzt nicht unsere Sportsachen an, aber man nimmt uns trotzdem ab, dass wir sowas tragen können, oder? Das denke ich auch. Wir haben durchaus beide auch noch eine sportliche Figur. Und daher schauen wir heute nochmal auf eines der weltweit führenden Sportartikelunternehmen mit der Nike, die traditionell am Ende der Quartalssaison dann die Zahlen vermeldet. Die Zahlen schauen wir uns näher an, auch was es vielleicht an News rund um das Unternehmen gibt. Und dann später natürlich auch auf den Chart. Man muss nicht nur Nike-Dinge kaufen, wenn man Sport machen möchte, sondern ich sehe zumindest in Berlin und Potsdam Umgebung bei ganz vielen Menschen an den öffentlichen Verkehrsmittelknotenpunkten, dass sie eben das anziehen, weil es einfach auch stylisch ist. Ganz genau. Gerade die Sneaker sind immer sehr, sehr stylisch. Die muss man nicht nur zum Sport anziehen, sondern kann sie natürlich auch in seiner Freizeit nutzen. Ja, die stylischen Produkte führen wir vielleicht ein andermal vor, aber erstmal blicken wir natürlich auch nochmal auf. Die Geschichte, die hat tatsächlich eine sehr bewegte Historie. Und da merkt man auch beim Gründer, das ist jemand vom Fach gewesen. Ja, es ging los im Jahr 1964. Das Unternehmen wurde von einem Leichtathletik-Trainer an der University of Oregon in Eugene gegründet. Zunächst unter einem anderen Namen, Blue Ribbon, und dann erst 1971 auch umbenannt in Nike. Und dann gab es letztendlich auch die ersten eigenen Schuhe unter entsprechend diesem Namen. Ja, der Air Jordan ist sicherlich das bekannteste Modell aus dem Basketball stammend. Und seit 1989 hat es das Unternehmen tatsächlich geschafft, dann von einem kleinen Hersteller zum Weltmarktführer bei Sportschuhen zu werden und diese Marke weltweit mit dem Logo zu etablieren. Den Aufstieg bei den Umsätzen zeigen wir mal stellvertretend jetzt für rund 20 Jahre auf. Ja, rasantes Umsatzwachstum über viele, viele Jahre. Vielleicht mit einer kleinen Stagnation hier auch zur Finanzkrise. Und dann ging es eigentlich wieder steil bergauf ab dem Jahr 2011. Und man sieht natürlich auch hier eine kleine Delle zu Beginn der Corona-Pandemie. Aber die konnte sehr schnell wettgemacht werden mit neuen Rekordhochs in den Folgejahren. Weil eben damals auch das Store-Konzept noch ganz groß verbreitet war. Man ist dann in den Online-Handel ein Stück weit gewechselt. Da kommen wir später gern noch näher dazu. Und was uns als Ereignis mit dem Nike-Logo natürlich noch in Erinnerung geblieben ist, das ist die Fußball-EM, rechts, wer sich mit Fußball auskennt, wird sehen, das ist das brasilianische Trikot. Die war nicht bei der EM dabei, aber links sieht man, wie dominant einfach dieser Hersteller auch bei dem Sponsoring von ganzen Mannschaften ist. Ja, Nike ist weiterhin der Ausrüster von vielen, vielen Nationalmannschaften hier im Fußballbereich. Natürlich ist die Konkurrenz auch groß mit einer Adidas, mit einer Puma und auch mit anderen kleineren Marken. Aber Nike hat hier ganz klar auch eine Vormachtstellung. Und die wird weiter ausgebaut, denn Deutschland mit dem Trikotsponsor Adidas wurde verdrängt. Ich will noch nicht auf dem Trikot zu sehen, aber ab 2027, die Verträge sind unterschrieben, ist Nike dann auch der Sponsor vom DFB. Ja, dann wird es einen größeren Wechsel geben, aber es dauert noch etwas mehr als zwei Jahre, bis es dann soweit ist. Und man sieht auch weiterhin große Größen, sage ich jetzt mal, aus dem Fußballbereich als Markenbotschaft. Aktuell zum Beispiel der Erling Haaland, der auch sehr groß in verschiedenen Werbeformaten und Anzeigen hier zu sehen ist. Ja, also falls die Profisportler mitschauen, dann haben sie dazu zur Historie auch nochmal was gelernt. Und wer es nur als stylisches Accessoire nutzt, der findet auf der Homepage ganz, ganz viele Dinge über Slipper für Kinder beispielsweise, Yoga-Hosen und so weiter und so fort. Und gerade wenn es mal nicht regnet im Herbst, kann man auch nochmal die Laufschuhe erneuern und die spart Energie. Man wird also durchaus schneller mit solchen Profiprodukten. Ja, auch als Freizeitsportler kann man mittlerweile hier auf sehr professionelle Modelle zurückgreifen mit den unterschiedlichsten Dämpfungen und Energierückgewinnungen, wie man das heute dann auch schon hier im Schuhbereich nennt. Also da gibt es wirklich für jeden etwas, egal welchen Sport man hier letztendlich betreibt. Noch ist es nicht so weit wie im Filmpark Potsdam-Wabelsberg beim kleinen Muck, dass man nur umklappt und die Schuhe laufen alleine. Also das wäre noch eine coole Erfindung. Aber lass uns zurück zu den Sportarten kommen. Man findet für alle Sportarten etwas und natürlich auch als Freizeitsportler. Ich finde es gerade in der aktuellen geopolitischen Situation ein bisschen bedenklich, das Modell Air Force zu nennen, aber okay. Ja, da muss man schauen. Da denke ich, hat Nike Gründe für diese verschiedenen Namen hier vielleicht auch auf den Markt zu bringen. Aber sie haben ja wirklich hunderte an Modellen. Von daher ist sicherlich für jeden da auch etwas dabei. Ja, und manchmal greift man auch beim Marketing einfach mal daneben. So geschehen bei Olympia, das war auch das große Hoffnungsträger-Event für die Sportartikelindustrie. Und wenn man sich diese bunten Anzüge anschaut, auf den ersten Blick wirkt es etwas befremdlich. Und auf den zweiten gab es tatsächlich dafür auch einen Shitstorm. Ganz genau. Die waren in der Tat teilweise zu eng geschnitten, dann insbesondere für die Frauen. Und da gab es einen größeren Shitstorm. Und ja, insgesamt muss man sagen, das Olympia-Event als zweites Großereignis in diesem Jahr hat insgesamt nicht zu den erhofften Umsätzen oder Umsatzsteigerungen geführt, die man sich bei Nike erhofft hätte. Ja, und dazu kam schon die Krise aus China, die letztes Jahr begonnen hat. Aktuell ebbt sie so ein bisschen ab. Und deswegen schauen wir mal auf die Quartalszahlen, die gestern Abend nachbürgerslich veröffentlicht wurden, was sich dann bei Nike im letzten Quartal getan hat. Ja, in der Tat sind die Zahlen sehr negativ ausgefallen. Aber das war durchaus auch schon eingepreist gewesen. Also man hat deutliche Umsatzeinbußen hier verzeichnen müssen. Circa 10 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Direktverkäufe, die immer wichtiger werden und auf die man ja auch so ein Stück weit gesetzt hat, die sind um circa 13 Prozent sogar eingebrochen auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Und der Einbruch um 20 Prozent im Online-Geschäft, während es nur halt in den eigenen Nike-Stores, die man hat, ein leichtes Plus gab, ist insgesamt auch negativ zu bewerten. Die Großhandelsverkäufe sind dann auch um 8 Prozent gefallen und der Gewinn ist dann am deutlichsten eingebrochen um 28 Prozent auf nur noch 1,05 Milliarden US-Dollar. Man muss aber sagen, dass man damit die Erwartungen, die wirklich extrem niedrig gelegen haben, leicht geschlagen hat, aber insgesamt doch auf breiter Front hier enttäuscht hat. In China ziehen die Umsätze so ein klein bisschen an. Die Aktie hatte negativ reagiert im nachbörslichen Handel, rund 6 Prozent nach unten. Wobei, du hattest ja schon gesagt, die Earnings waren so tief angesetzt, die wurden leicht übertroffen. Und Year-to-Year, wenn man das auch nochmal mit sagen darf, ist der Revenue-Crow sogar um 10 Prozent gefallen. Ja, und was da noch hinzu kam, dass man den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 sogar komplett zurückgezogen hat. Also Nike will jetzt gar keine Jahresprognose mehr abgeben, sondern nur noch quartalsweise Prognosen abgeben. Und im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, das hier war jetzt das erste Geschäftsjahr, erwartet man jetzt einen Umsatzrückgang zwischen 8 und 10 Prozent. Die Bruttomarge soll auch nochmal etwas sinken um ca. 150 Basispunkte. Und man geht vielleicht auch eine neue Richtung, gerade im Bereich des Laufsports. Da will man einige deutlich erschwinglichere Modelle anbieten im Bereich von unter 100 US-Dollar. Teilweise ist man ja jetzt doch im Bereich von 120 bis 150 Dollar. Und da will man doch noch gerade vielleicht auch eine andere Zielgruppe ansprechen, die nicht ganz so tief in den Geldbeutel greifen möchte. Ja, das haben ja auch viele Technikunternehmen hiermit auf der Agenda ein preiswertes Modell anzubieten. Und ein Profimodell sei nur Apple genannt. Und vielleicht war es auch ein bisschen preiswerter, den alten CEO nochmal aus der Rente zurückzuholen. Denn der Neue hatte zwar ein Restrukturierungsprogramm angekündigt, was auch aktuell noch läuft, der Herr Dennehoe. Aber die Kostensenkungen von 2 Milliarden, die sind noch nicht durch. Die sind in der Tat noch nicht durch. Und dann wird in Kürze am 14. Oktober der Herr Hill hier übernehmen. Und ja, da muss man schauen, wie schnell er dann auch hier vielleicht den Turnaround hinbekommt. Man hat auch einiges vor in den nächsten Jahren. Also er hat große Aufgaben zu bewerkstelligen. Aber ich denke, es ist durchaus möglich, hier auch nochmal Nike in ruhigere Fahrwasser zu leiten. Wir haben ja auch gesehen, dass ein Führungswechsel bei Adidas sehr, sehr gut bekommen ist in jüngster Vergangenheit. Die haben auch so richtig dann die Trendwende eigentlich geschafft. Und das ist vielleicht auch die Hoffnung hier bei Nike, dass das in den nächsten Quartalen gelingt. Ja, auch bei Walt Disney beispielsweise. Ich glaube, bei Starbucks war es ähnlich. Also es gibt einige Unternehmen, die dann sagen, der alte Chef war dann doch besser als der neue. Die Anleger sind zumindest in den letzten Jahren enttäuscht worden, was den Aktienkurs angeht, auf Sicht von fünf Jahren sogar ein leichtes Minus. Also da hat man überhaupt keine Rendite erzielt. Wenn gleich die Bewertung attraktiv erscheint, aber wenn natürlich die Gewinne sinken, dann muss man die Zahl auch nochmal überarbeiten, das KGV. Ja, ganz genau. Dann muss man das auch nochmal anpassen. Hier aktuell auf Basis dieses Snapshots durchaus auf einem interessanten Niveau mit 23,7. Etwas geringer als die Branche und auch geringer als der Gesamtmarkt. Ja, also wir blicken positiv nach vorne und unterstellen dem Unternehmen einfach mal als Weltmarktführer, dass er die Kurve kriegt, dass die Umsätze wieder anziehen und dass die Gewinne dann folgen. Die Analysten sind eher auf einer alten Position, also haben so ein bisschen umgeschwenkt von kaufen auf halten, trotz des attraktiven optischen Preisniveaus. Und jetzt bin ich gespannt darauf, was du aus dem Chart noch herausliest. Ja, schauen wir uns die Aktie zunächst im langfristigen Wochenchart hier einmal an und dann sieht man, die Aktie ist ganz klar weiterhin in einem Abwärtstrend. Die Corona-Tiefs lagen bei 60 Dollar, danach hatte man eine fulminante Rallye bis zum Hoch bei 180 Dollar und seitdem ist die Aktie in den letzten zwei Jahren doch hier deutlich unter Druck geraten und befindet sich weiter in diesem genannten Abwärtstrend. Wenn man dann etwas reinzoomt in den Tagesschart, sieht man, dass die Aktie ja insbesondere zu den letzten Quartalszahlen im Juni hier ein großes Gap zu verzeichnen hatte, mehr Jahrestiefs ausgebildet hat, dann immer so einen kleinen Boden hier durchaus hingelegt hat im Juli, Anfang August, eine Gegenbewegung eingeläutet hat, auch die alten Tiefs aus dem Jahr 2022 zurückerobert hat bei ca. 82, 83 Dollar. Und jetzt ist man vor den Quartalszahlen schon auf einem interessanten Niveau gewesen. Das waren dann die alten lokalen Tiefs aus dem Herbst des letzten Jahres und aus dem Frühsommer diesen Jahres. Der 200-Tage-Durchschnitt knapp darüber weiterhin sehr abwärtsgericht. Und ja, folgerichtig haben wir jetzt fast schon die negative Reaktion gesehen. Hier können wir sie uns auch mal Intraday im Fünf-Minuten-Chart anschauen. Und gestern zunächst ein kleiner Spike auf der Oberseite, aber dann wurde die Aktie doch abverkauft bis in den Bereich von 81,5 Dollar mit einer kleinen Gegenreaktion. Von daher wird es dann heute auch hier einen Abwärtsgap geben. Wir sehen schon die vorbörslichen Daten und jetzt muss man schauen, ob sich die Aktie vielleicht hier im Bereich der Unterstützung von 83 Dollar und im Bereich des 100-Tage-Durchschnitts, der auf einem ähnlichen Niveau quotiert, stabilisieren kann. Dann könnte man in den nächsten Tagen vielleicht in Erwägung ziehen, hier auch Richtung Gap Close zu spekulieren. Und da muss man schauen, ob vielleicht in diesem Quartal oder im nächsten Quartal dann hier auch endlich die Trendwende gelingen kann, der 200-Tage-Durchschnitt irgendwann nochmal abflacht und nach oben treten. Noch ist es nicht so weit, aber ich würde die Aktie auch nicht abschreiben wollen und durchaus als potenziellen Turnaround-Kandidaten hier auch auf Chartbasis noch für die nächsten Monate und Quartale sehen. Also es ist nicht unbedingt Eile geboten, aber wir werden die Aktie weiterhin auch auf unserem Radar haben und berichten, wenn es dann vielleicht soweit ist und man vielleicht auch einen interessanten Swing-Trade hier in Erwägung ziehen kann. Mit diesen Informationen kann man natürlich auch auf die Wettbewerber schauen, denn wenn der Marktführer Marktanteile verliert und insgesamt ja nicht weltweit weniger Sport gemacht wird, müssen die Menschen ja eben was anderes tragen. Ganz genau. Und ja, man sieht ja auch, Nike hat sich so ein bisschen zurückgezogen aus dem lokalen Einzelhandel und da haben natürlich auch die Regale dann, die Regalplätze andere übernommen. Man muss mal schauen, wie sich die Strategie dann auch unter dem neuen CEO entwickelt, ob man weiterhin mehr auf das Direktgeschäft setzt oder doch nochmal mehr in die lokalen Läden vielleicht reingeht. Wir bleiben dran am Thema. Danke für die Berichterstattung, Roland Jägen und dann bis nächste Woche. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.